Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal der Kreismusikschule Peine. Wir haben ein tolles Konzertwochenende vor uns und ich möchte es nicht versäumen, Sie und Euch darüber zu informieren. Am kommenden Samstag haben wir unser Konzert junger Künstler in der Aula des Ratsgymnasiums und wie auch in den letzten Jahren wird der Förderverein der Kreismusikschule dieses Konzert veranstalten. Der Schwerpunkt werden Solo-Beiträge sein, aber auch kleinen Ensembles, die mit auftreten, mit Werken von Mozart wie Waldi Bach, aber auch mit modernen Jazzing-Arrangements. Am Sonntag dann kommt das Winterkonzert. Unser Winterkonzert findet ebenfalls in der Aula des Ratsgymnasiums statt und zwar um 17 Uhr ist dort Veranstaltungsbeginn und wir haben dort den Schwerpunkt der Groß-Ensembles. Das heißt, einmal wird unser Sinfonieorchester der Kreismusikschule dabei sein, zum anderen aber auch viele Ensembles, die sich dort präsentieren, mit einer ganz bunten Mischung von Klassik bis Rock und Pop. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei und wir würden uns über eine kleine Spende am Ausgang nach dem Konzert sehr freuen. Wir hoffen, Sie und Euch dort zu sehen und verbleiben bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss!